Hi, ich bin Jonathan und bin zur Zeit dazu, wie im ersten Lehrjahr bei der BMW Werkfeuerwehr. Ja, also ich habe schon in der Kindheit eben angefangen, mich dafür zu interessieren, bin dann in die Jugendfeuerwehr gegangen und in die Freiwillige Feuerwehr und habe da dann eben gemerkt, ja, das ist doch definitiv beruflich eine Möglichkeit, habe mich dann beworben und dann hat es tatsächlich geklappt. Man hat wirklich viele Möglichkeiten, die BMW einbietet, zum Beispiel Lehrgänge in Bereichen Sanitär, Holz, Metall, Elektro. Dann haben wir den LKW-Führerschein mit in unserer Ausbildung, dann haben wir den Rettungssanitäter zum Beispiel auch mit drin, den Motorkettensägenschein und dann eben auch die Feuerwehrgrundausbildung. Das Tollste ist auch immer, wenn wir eben die Praktika auf der Wache absolvieren dürfen und dort eben den Wachalltag kennenlernen, die Aufgaben dort erfüllen dürfen und eben manchmal auch Einsätze mitfahren dürfen. Was du auf jeden Fall mitbringen solltest, ist körperliche Fitness, Durchhaltevermögen, Teamfähigkeit und die Leidenschaft für das Berufsbild Feuerwehrmann.